Wir sind heute hier am Lesachs, wo hinter mir gerade die Band Roshani spielt, aus Genf. Und wir versuchen herauszufinden, was die Freiburgerinnen und Freiburger von diesem Musikstil halten. Ja, ich finde es spannend als Musik. Das ist nicht mein Lieblingsstil, aber ich finde es wirklich spannend. Heute Abend sehe ich, dass es Familien gibt, es gibt alle überall. Ja, es ist gut. Es ist wirklich interessant. Es ist ein bisschen laut. Wir sind auch ein bisschen laut zu reden. Was halten Sie vom Programm? Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich komme einfach hier und mir ein bisschen Spaß zu haben, Apéro und ein bisschen Musik. Ja, es passt. Es passt zum Wetter. Von dem her, ja, das ist top. Hörst du sonst auch solche Musik oder eher nicht? Eher weniger. Ich bin mehr Rap, französischer Rap. Aber äh, Topper fängt man an. Also ich komme nicht hierher für äh, also ich komme hierher für die Stimmung, sagen wir es so. Roshani aus Genf. Es war so cool. Es heisst Roshani, das ist Musik, die ihr sonst auch hört? Ja, 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 sehr. Ich habe es Roshani für das dritte Mal gesehen, so ich bin ein großer Fan. Äh, ein Mix zwischen Südamerikanisch und Parsee und Elektro. Wie tanzt man zu so solcher Musik am besten? genug, aber auch etwas davon, Almaabisch. Ja, okay. Das ist was richtig. Ich hatte es nicht. Ich hatte es Führe. Ja, super!